Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2. Auch in dieser Folge kümmere ich mich wieder um Busse, dieses Mal wirklich komplett. Und ich bin mit dem Ergebnis auch ganz zufrieden. Ich würde quasi von einem Bus-Tutorial sprechen. Viel Spaß beim Anschauen. So, ich habe mich natürlich weiterhin mit dem Bus-Thema beschäftigt, ich habe wieder ein bisschen rumprobiert und ich denke, ich bin auf eine einigermaßen vernünftige Lösung gekommen. Viele, viele Busse, ganz klar. Nein, ich schaffe es aber immerhin auf über 50% Auslastung zu kommen, beziehungsweise 50% Transport von dem, was ich transportieren sollte. Das klingt eigentlich schon mal ganz gut. Das heißt, das werde ich jetzt so nochmal für euch bauen und dann natürlich noch, ich sage mal, das selber in Insel auch nochmal machen und dann beide Städte verbinden, alles mit Bussen und ich sage mal so viel, ich habe ein paar Kommentare dazu bekommen. Ich möchte mich auf jeden Fall beim Tim bedanken, beim Reggie und beim Turben. Eure Hinweise sind natürlich damit eingeflossen. Danke dafür. Und dann würde ich jetzt sagen, dass wir da einfach mal ein bisschen loslegen und mal schauen, ob ich auch jetzt wieder die 50% erreiche und wie sich die ganze Sache dann entwickelt, wenn ich Insel mit anschließe. Um die ganze Sache jetzt nicht unnötig schwierig zu machen, ich habe jetzt ja hier die beiden Linien. Da werde ich jetzt erst mal alle Fahrzeuge verkaufen. Die sind eh veraltet, sage ich mal. Und dann werde ich das so aufbauen, wie ich mir das vorstelle und dann die Linien halt entsprechend neu vergeben. So, wie gesagt, verkaufen wir erst mal ganz schnell die Busse und löschen dann auch die beiden Linien. So, dann kommt das große Abriss-Tool und wir entfernen die Busseitestellen, die wir schon haben. Und jetzt bauen wir die ganze Sache wieder so auf, wie sich das gehört. Nur ganz kurz zur Planung. Ich plane hier eine Linie, hier eine Linie und hier eine Linie. Das Ganze in beide Richtungen. Es gab den Hinweis, nur in eine Richtung dafür die Taktung der Busse zu erhöhen. Ich habe das mit der Taktung der Busse versucht. Der Effekt war gegenläufig. Also, wenn ich auf einer Linie zwei Busse habe fahren lassen, habe ich weniger transportiert, als wenn ich auf einer Linie ein Bus habe fahren lassen. Ist so gewesen. Und entsprechend werde ich das jetzt hier, wie gesagt, anwenden. Ich fange an mit einer zentralen Busplattform, beziehungsweise möchte ich erst mal hier diese Straße, die quasi nach Insel führt, die möchte ich erst mal verbessern. Das löscht uns leider, das... Kollision mit dem... Kollision mit dem... Okay. Okay, kein Problem. Ihr werdet lachen, das habe ich vorher auch schon mal gemacht. Da ging das. So, okay. Dann bauen wir das Gebäude halt einfach nochmal neu hin. Ist ja kein Problem. So, okay. Jetzt die Busseile stellen hier in der Stadt. Moment, ich könnte vielleicht mal schauen, ob ich das auch noch... Also, dass da so viele Gebäude weggerissen werden, das gefällt mir immer überhaupt nicht. Aber der Geschwindigkeitsunterschied sind halt 50 kmh. Ja, ich werde das einfach mal machen. Weil das wären ja so die Hauptbuslinien, die haben jetzt alle Straßen mit 50 kmh. So, jetzt die Bushaltestellen. Zentral, wie gesagt, eine große Bushaltestelle. Die werde ich jetzt so bauen, dass ich sie auch entsprechend erweitern kann, dass wir wirklich für jede Linie einen eigenen Wartebereich haben, sage ich jetzt mal, dass wir da auch nicht zu Kapazitätsproblemen kommen. Gut, wir haben höchstwahrscheinlich eh nicht. Ich werde die einfach mal ein bisschen weiter von der Straße weg platzieren. Hintergrund ist, wenn ich die Busplattform erweitern möchte, habe ich ja auch hier am Rand die Möglichkeit, hier vorne. Und das wollte ich auf jeden Fall noch ausnutzen, diesen Platz. Ist also nicht weit genug gewesen. Gut, dann ziehen wir das einfach mal noch ein bisschen weiter nach hinten. Und schauen uns das jetzt nochmal an. Jetzt sollte das aber passen. Bau nicht möglich. Wegen der. Okay, gut. Ja, super. Okay, bevor ich da jetzt noch großartig rumexperimentiere, machen wir es wieder nach vorn und nutzen halt den Platz nach hinten. Prinzipiell, sage ich mal, ist es ja egal, wo wir das platzieren. So, jetzt platzieren wir die Bushaltestellen. Hier, wie gesagt, in beide Richtungen und eher mehr Bushaltestellen. Ich werde das jetzt so machen, dass ich hier vor jeder Kreuzung, hier haben wir jetzt ja quasi noch nicht so viele Einwohner. Das heißt, hier werde ich das jetzt mittig platzieren. Dasselbe dann auch hier. Hier haben wir ja im Prinzip, naja, noch gar keine Einwohner in dem Bereich. Um, wie gesagt, wirklich viele Haltestellen anbieten zu können. So, dasselbe jetzt auch hier. Wie gesagt, das sind ziemlich viele Haltestellen. Ja. Aber ich halte das für nötig. Damit halt die Leute wirklich maximal unsere Haltestellen hier verwenden und ausnutzen. So, das sind jetzt die Haltestellen. Dann können wir jetzt dahergehen und die Linien theoretisch vergeben. Ich möchte es aber gleich so machen, dass ich den Busbahnhof 4, den Hauptbahnhof, Zentralbahnhof, ja, in Oberupolding, dass ich den gleich so weit erweitere, dass automatisch immer eine neue Haltestelle, ich sag mal, vergeben wird. Wir brauchen also 2, 4, 6, bloß eine siebte Plattform für dann nach Incel. Wir haben jetzt 2, brauchen also noch 5 weitere. Wie gesagt, hier vorne den Bereich schwierig, wahrscheinlich hätte ich noch viel weiter weg gemusst. Wir nutzen also, erweitern das jetzt hier auf 4, 5, 6 und 7. So, jetzt haben wir im Prinzip 7 Haltestellen an diesem Bahnhof. Entsprechend haben wir auch 7 mal, ich sag mal, die maximale Kapazität. Leider ist jetzt hier das ein oder andere Gebäude hat sich jetzt verabschiedet, sag ich mal, ja, aber müssen wir akzeptieren. So, jetzt vergeben wir die Linien und wie gesagt, hier einfach, ich sag mal, drei Kreise und zwar jeweils in jede Richtung. Das Umbenennen mache ich jetzt mal noch nicht und dann würde ich jetzt auch mal schauen, ob das Spiel wirklich jedes Mal hier vorne eine andere Plattform vorgibt oder ob es das halt eben, jetzt sehe ich schon, ich habe das hier gerade verbockt. So, so wollen wir diesmal fahren. So habe ich mir das vorgestellt. Okay, neue Linie dazu. Hier, das nutze ich natürlich mit, die Haltestellen. So können die Passagiere auch gleich umsteigen auf die andere Linie, also wenn sie zum Beispiel von hier nach hier wollen und müssen nicht hier nochmal zu dem zentralen Bahnhof, denn ich denke mal, dass es einfach zu lange dauert und die Leute dann trotzdem laufen, weil die fahren ja nicht mit dem Bus, wenn sie dann länger unterwegs sind, das ist ja eigentlich irgendwo logisch. Korrigiert mich, wenn das nicht so der Fall ist, aber ich würde das so sehen. So, und dasselbe jetzt auch hier nochmal. Genau, Micha, und dasselbe hier nochmal, brauche ich jetzt nichts dazu zu sagen. So, dann haben wir hier die Linien jetzt soweit alle vergeben. Es sind natürlich jetzt viele Linien, ist klar. Ihr seht, dass es wirklich wichtig ist, die Linien auch entsprechend zu benennen. Ansonsten habt ihr echt keinerlei Durchblick mehr am Ende. So, jetzt schauen wir uns nochmal an, wie die Linien vergeben wurden. Wir haben jetzt hier unsere sechs Linien und wie gesagt hier sieben Haltestellen drin. Und das wird jetzt natürlich optimalerweise so sein, dass an jeder Haltestelle immer nur eine Linie anhält. Prüfen können wir das ganz einfach. Wir gehen hier bei Linie 1. Ach, wir machen das ganz einfach. Wir stellen das jetzt hier auf 1. Haltestellen. Ich sehe schon, da sind gar nicht so viele Haltestellen. Das sind gar nicht so viele Haltestellen, wie ich mir das vorgestellt habe. Also nicht jedes Mal klicken gibt uns die Möglichkeit in neuen Linien zuzufügen, sondern wir haben tatsächlich nur pro Einfahrt die Möglichkeit das halt zu machen. Das ist aber nicht weiter wild. Die Haltestellen sind ja trotzdem groß genug und wir haben das jetzt so verteilt, dass wir in jeder Einfahrt immer zwei Linien haben. Und für Incel machen wir dann eventuell nochmal eine weitere Erweiterung. Wir haben ja die Möglichkeit ja dann wäre das hier halt Incel. Und gut ist, also so würde ich das dann halt machen. Dann haben wir Incel auf einer separaten Linie, sage ich jetzt mal. So, hier gehen wir jetzt daher und verteilen die Busse. Wir können das jetzt ganz stumpf machen. Wir machen erst mal einen Bus, damit ihr das auch selber seht. Auch für mich nochmal zur Wiederholung. Wir machen erst mal nur einen Bus pro Linie und können ja dann nochmal auf zwei erweitern beziehungsweise erhöhen, um halt zu schauen, was dann passiert. so Linie eins Linie zwei Linie drei Es kommen übeln zeitnah neue Busse Linie vier Aber ich warte jetzt natürlich nicht so lange, bis das soweit ist. So, Linie fünf und jetzt machen wir Linie sechs dann sind wir damit durch und können die Busse jetzt wie gesagt hier fahren lassen. So, jetzt können wir uns nochmal anschauen. Die Stadt hat derzeit 171 Einwohner. Wir haben derzeit ein Plus von 40 Prozent macht 177 Einwohner und als Ziel haben wir derzeit ja eigentlich null klar 69 Einkauf und 63 Arbeit und jetzt können wir das hier soweit laufen lassen und kümmern uns um Incel. Ich stelle jetzt die Spiegel-Schwindigkeit wieder ein bisschen höher, damit hier auch wirklich was passiert. So, in Incel ist die ganze Sache jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, denn hier, nur wieder zur Information, haben wir die Wohngebäude hier in dem Bereich. Das heißt, die Leute wollen natürlich hierher zum Einkaufen und hier zum Arbeiten beziehungsweise haben wir auch hier noch ja, ich sag mal Wohnhäufe, Häuser und auch nochmal Gewerbe und wir brauchen natürlich mindestens einen zentralen Bahnhof, Busbahnhof, wo wir dann halt die Verbindung nach Ruperding machen. Das heißt, ich werde das jetzt so machen, dass ich einmal hier eine Linie durchgehend machen werde, hier eine Linie und hier können wir das ja so machen, dass ich, obwohl eigentlich wird das nicht notwendig sein, ich mache hier einfach nochmal einen Endbahnhof hin, Endbusbahnhof, Endbushaltestelle, nennst du es wie das wollt und dann halt hier nochmal einen schönen Kreis und hier können wir dann mehr Busse fahren lassen, je nachdem schauen wir uns dann halt an. So, soviel dazu, wir können uns natürlich auch nochmal anschauen, wie die Leute hier fahren wollen. Wenn wir jetzt hier nur Insel nehmen, wie gesagt, das bringt uns nicht wirklich viel, weil auch nur Insel fahren ganz, ganz viele nach außen und wie gesagt, diese Übersicht bringt uns eigentlich gar nichts. Wir arbeiten einfach weiter nach dem Prinzip, dass die Einwohner der Stadt zu den Industriegebäuden und zu den Gewerbegebäuden wollen. Danach werden wir das aufbauen und gut ist. So, ich fange wieder hier an. Hier haben wir jetzt allerdings nur ich sage mal hier werden nur zwei Linien ankommen, das heißt, hier reicht uns diese Größe aus. Sprich, wir brauchen das Gebäude nicht erweitern, also die Bushaltestelle brauchen wir nicht erweitern. Okay, das ist jetzt weniger schön, aber lässt sich jetzt hier so an einem Hang nicht anders machen, sage ich mal dazu. Und jetzt kommt noch eine zweite zentrale Haltestelle, also eine zweite größere, die platziere ich hier. So, natürlich richtig das auch wieder einigermaßen schick aus, ist klar. So, schauen wir mal, dass wir, ja okay, so haben wir nur ein Gebäude, was weggerissen werden muss. So, jetzt haben wir hier im Prinzip die Hauptlinie innerhalb dieser Stadt, die quasi die Stadt an sich mit dieser Haupthaltestelle, die dann, wie gesagt, nach Rudolfing, nach, nach, äh, äh, Rupolding geht. So, dann platzieren wir die Bushaltestellen, die normalen kleinen. Auch hier gehen wir jetzt dazu, über das mal eher mehr Haltestellen verwenden. Also, wie gesagt, eher mehr, bevor ihr weniger verwendet. Ähm, und jetzt hier noch einen Kreis rum, so dass wir auch das hier alles mit angebunden haben. auch hier werde ich jetzt wieder ganz stumpf eher mehr als weniger machen. Und zwar in der Richtung habe ich mir das vorgestellt. Und so sollten wir wirklich, ich sag mal, gut, jetzt hätte man hier, hätte man auch schon rumgehen können, sag ich jetzt mal. Ähm, aber wie gesagt, wir machen das mal so und schauen uns dann an, wie sich die ganze Sache entwickelt. So, jetzt auch hier Linien vergeben. Schön, dass natürlich ausreichend wieder jetzt gespeichert wird. Aber wie gesagt, ich lasse das lieber an. Ja, und wie gesagt, jetzt hier halt die Linien vergeben. Ich beginne mit der Hauptlinie. Und natürlich jetzt denselben Weg wieder zurück, so dass wirklich alle Haltestellen in beide Richtungen auch angefahren werden. Damit haben wir das hier fertig. Und jetzt brauchen wir im Prinzip noch zwei weitere Linien. die halt wirklich jetzt diese Haltestellen nochmal miteinander verbinden. Und dasselbe nochmal in die andere Richtung. So haben wir, ich sag mal, die beide Richtungen deswegen wichtig. Aber wenn der Bus nur in dem Kreis fährt, wenn ich jetzt von hier, also wenn ich jetzt von der Wiesenstraße zum Wiesenweg möchte und der Bus fährt so rum, werde ich nicht den Bus nehmen. dann habe ich ja eine 10-fach-Bus-Vorstrecke, als ich eine Laufstrecke habe. Das Laufen wäre also schneller. So, jetzt können wir auch hier die Busse entsprechend losschicken. Wie gesagt, wir haben jetzt hier drei Linien und hier würde ich das jetzt so machen, da die Linien länger sind und wir mehr Haltestellen haben, würde ich jetzt hier pro Linie je zwei Busse losschicken. So, wir wählen also wieder den MN aus, machen zwei Busse und vergeben das jetzt. Klar, ich habe das noch nicht benannt, aber wir wissen ja, dass es 7, 8 und 9 ist. Warum macht das Spiel das jetzt oben immer zu? Na, okay. So, 7, 8 und 9. Kann es jetzt sein, dass ich, dass die Busanzahl jetzt nicht so ist, wie ich das gesagt habe? Moment. 2, 3, 2. Ja, ohne Worte. Doch Michael wird alt und senil, ne? Nein, Spaß wird und nicht. Okay. So, wir haben je zwei Busse fahren. Die fahren jetzt fleißig rüber nach Insel. Und wir haben auch schon die ersten Passagiere. Ich sage mal, so richtig viel Verkehr auf den Linien erhalten wir erst dann, wenn wir beide Städte mit Bussen verbunden haben. Weil, warum sollte jetzt, also, wir können jetzt keine Leute kommen, das ist klar. So, dann werden wir jetzt hier gleich die Straße verbessern. Wir werden daraus eine Bundesstraße machen. Allerdings, ja, also, viel Spurig baue ich das jetzt nicht aus, ne? Also, das ist hier natürlich eine schöne Kurve. Sieht auf jeden Fall cool aus. So, okay. Das soll es dann soweit gewesen sein. Ah, hier wartet jemand, hier wartet jemand. So, wie schauen die anderen Haltestellen aus? Ja, ja. Immerhin. Immerhin. Also, Profit machen, damit könnt ihr vergessen. Es geht hier wirklich nur darum, ein Wachstum innerhalb der Städte zu erzielen und, ich sage mal, die Überlandverbindung von Stadt zu Stadt entsprechend den Passagieren zu versorgen. So, jetzt seht ihr hier schon, wir haben hier auch bei den Haltestellen, ich sage mal, wir haben überall Leute stehen. Es sind nicht viele, aber wir haben Leute stehen. Das war das Ziel. So, schauen wir uns mal an. Wir haben nur ein Plus von 10%, das ist nicht gut. Und wir haben auch nur eine Auslastung von 36%. Wie gesagt, kann sein, dass das noch ein bisschen dauert, dass der Prozentwert noch steigt. müssen wir uns dann anschauen. Ich stelle einfach die Zeit jetzt mal auf schneller. Kann natürlich sein, dass wir doch zwei Busse nehmen müssen. Dass, als ich das vorhin probiert habe, bevor ich die Aufnahmen gestattet habe, dass einfach die Zeit dazwischen nicht lang genug war. Kann natürlich sein. Prinzipiell habe ich aber alles wieder so gebaut, wie beim letzten Mal. Und wir sehen noch, es steigt noch leicht. Wir haben immer noch eine Verbesserung drin. Es ist schon fasziniert, wie lange das dauert. Immerhin, wir kommen auf 41%, 42%. Schauen wir zwischendrin einfach nochmal nach Incel, wie viel es jetzt läuft. So, hier haben wir immer 25% und ihr seht schon, der zwei, also die zweit wichtigste Verbindung, jetzt kommt der neue Bus, sehr schön. Darauf habe ich nur gewartet, denn das ist jetzt quasi der perfekte Überlandbus, ne? Jedenfalls sieht man hier schon, die Leute, okay, jetzt wollen sie nach Schneizelreuth mehr, aber Rupholding ist auf jeden Fall wichtig, das müssen wir anbinden. Gut, wie gesagt, jetzt ist es Schneizelreuth. So, wie schaut es aus? Wir haben jetzt hier 29% und hier in Rupholding A plus 20%, sehr gut, wir beschleunigen also das Wachstum der Stadt, generieren mehr Passagiere dadurch und wir liegen jetzt bei 49%, wir haben fast die 50%-Hörte geknackt, 50%, sehr gut. Ne, also wie gesagt, ein zweiter Bus bringt uns jetzt hier noch nichts, was ich jetzt aber noch machen möchte, ist, dass ich jetzt beide Städte miteinander verbinde und da werdet ihr sehen, dass wir mit Insel dann relativ viele Passagiere transportieren können und gleichzeitig natürlich auch der Innerortverkehr nochmal zunimmt, der Innerorttransport, denn die Leute wollen ja nicht nur hier zu dem zentralen Bahnhof, zu der zentralen Busseitestelle, nein, die wollen ja irgendwo hin hier, das heißt, der Prozentwert wird noch weiter ansteigen und dasselbe gilt natürlich dann auch hier für Insel, hier sowieso, da ja wir die Busse nur hierher schicken und die im Prinzip alle komplett auf die andere Linie umsteigen müssen, um ihre wirklichen Ziele zu erreichen und dann kann es vielleicht tatsächlich passieren, dass man auch mit den innerstädtischen Bussen, ja ich sag mal, Geld verdienen, ne. So, Ruperting sind jetzt gerade von 54 wieder auf 53% runter, aber wir sind auf jeden Fall auf über 50% und das ist sehr, sehr gut, ja, meiner Meinung nach ein sehr guter Wert. So, schauen wir nochmal Insel an, auch hier haben wir jetzt schon ein Plus von 20% erreicht und eine Auslastung von 39. Okay, aber auch hier wird es noch steigen. Interessant ist, dass jetzt der Schneizelreuth so wichtig geworden ist, dass dort mehr Leute hinwollen als innerhalb von Insel, ne. Okay, wie gesagt, dann richten wir jetzt die Linie ein, um beide Städte miteinander verbinden zu können und hier hatte ich ja gesagt, hier möchte ich jetzt eine extra Haltestelle haben, das heißt, wir verbessern den Bahnhof und machen hier einfach, ja, auch hier werden jetzt wieder, wie gesagt, das bringt uns nichts, das erhöht nur die, ich sag, nur den Platz, dass dort mehr Menschen warten können, das wollen wir nicht, wir wollen ja eine weitere Linie anbinden. so soll das auch erst mal reichen und jetzt schicken wir da die Busse nach Insel über diese Linie. So, und ihr seht, hier reicht uns das, hier macht das Erweitern, können wir das auch erweitern, die kleinen Haltestellen? Moment, stellen wir die Geschwindigkeit wieder ein bisschen runter. Na, die kleinen, nee, das hätte mich noch gewundert, aber wäre, ähm, hätte Sinn gemacht, muss man ganz klar sagen, hätte Sinn gemacht, die ganze Sache. Ihr seht hier, an den Haltestellen, wenig Leute, die warten, das wird sich gleich ändern, sobald sich diese neue Linie etabliert hat. Ich werde hier auch natürlich gleich mehr Busse verwenden. Wir können uns mal vergleichen, wir haben eine Geschwindigkeit von 80 kmh, bei beiden Bussen Kapazität 16 beim alten, beim neuen 21 und Ladegeschwindigkeit ist gleich. Bei dem größeren Bus, der mehr Leistung hat, sind die Emissionen geringer. Sehr schön, ne? Okay, ich baue einfach mal 5 und wie gesagt, die schicken wir jetzt los und dann schauen wir uns auch hier an, wie sich das entwickelt und wie gesagt, ihr werdet sehen, dass wir zum einen, ähm, die Ziele jetzt nochmal deutlich erhöhen werden. Ja, 57% mit nur einem Bus, wohlgemerkt, ne? Ist ein sehr guter Wert. Ähm, Intel steht hier auf dem zweiten Platz, ne? Genau, auf dem zweiten Platz mit 0% werden wir uns anschauen. So, unsere ersten Schlenkis kommen an. Hier wartet noch niemand auf Linie 10. Ja, das dauert ein bisschen, bis ich sowas immer etabliert, ne? Schaut cool aus. Ja, das könnte man quasi fast als kleines Bus-Tutorial bezeichnen, ne? So, machen wir die ganzen Sachen mal wieder ein bisschen schneller, dass hier auch was passiert. Also, ich werde den Rest der Folge jetzt mich hier um diese beiden Städte kümmern. Jetzt was Neues anfangen. Bringt nix. Zumal wir ja eh noch keine neuen Fahrzeuge haben, sag ich mal dazu. So, ihr seht das jetzt auch sehr schön. Die ersten Busse sind auch schon nach Insel gefahren, sodass die Busse sich halt auch tatsächlich verteilen. Na, immerhin, die ersten zwei Leute warten hier schon mal. Hier dauert es natürlich noch länger, ist klar. Aber auch hier, und ihr habt eben schön gesehen, ne? Die zwei Leute, es ist schade, es ist nicht mit dem anderen Bus gekommen. Och. Na, okay. Ach, ich sehe gerade, wir sind ja schon 1977. Es geht vorwärts. Aber immerhin, wir haben Leute, die wir transportieren können. So, der Bus hat drei Passagiere und die wollen ja offensichtlich hier aussteigen, ne? Sonst würden sie ja da nicht im Bus sitzen. Ja, sie laufen fleißig rüber, so habe ich mir das vorgestellt. Und steigen auch gleich in den nächsten Bus nach Ruppolding ein. Wie gesagt, gerade solche Sachen, das sind jetzt ja Verkettungen mit mehreren Bushaltestellen über mehrere Linien. Das dauert, wie gesagt, ein bisschen, bis sich sowas etabliert. Und ihr seht schon, schon sechs Leute. Denn im Prinzip, wenn jetzt einer von hier hinten seinen Arbeitsplatz verlassen will und in Ruppolding wohnt, dann fährt er jetzt quasi mit der Buslinie bis hierher, wartet hier auf die Linie, steigt dann in die Linie, fährt bis hierher und fährt dann bis nach Ruppolding rüber. Und solche Verkettungen, mit solchen Verkettungen verdient ihr halt euer Geld, ne? Da kommt halt Kohle rein. Ja, sind jetzt schon acht Leute drin. Und wie gesagt, ihr seht dann, so reduziert sich natürlich auch das Minus beziehungsweise erhöht sich der Gewinn der Linien, ne? Ist klar. Na, hier waren jetzt auch Leute drin. Und hier sitzen jetzt für meistens in dem Bus sitzen schon neun Leute. Was ja schon fast, okay, jetzt kommt schon der nächste wieder. Und auch in dem Bus waren jetzt Leute, die zur Linie sieben wollten. Und die müssen jetzt natürlich auch wieder über die Linie und eventuell dann bis hier hoch transportiert werden. Es kann also zum Beispiel passieren, dass die Bus-Haltestelle und die Haltestelle, die beiden, wahrscheinlich eher die hier, wären jetzt die Schwachstellen hier. Ähm, denn alle Leute, die wie gesagt hierher müssen oder von dort kommen, steigen ja hier aus und warten hier. Aber das werden wir dann sehen und entsprechend beobachten. Ach, zwei neue V-Amp-Flugzeuge. Ja, Flugzeuge, ich werde es noch mit reinnehmen, ne? So, jetzt müssen wir natürlich immer fleißig hin und her laufen, aber wie gesagt, ihr seht da schon, dass die Linie sich jetzt tatsächlich gegenseitig selber mit Passagieren versorgen. Und wie gesagt, das ist halt Sinn und Zweck der ganzen Sache. Dann wird Geld verdient. So, schauen wir nochmal nach Rupertting runter. Ähm, jetzt würde ich natürlich ganz gerne mal sehen, wenn hier ein Bus mit Passagieren kommt, wie sich die Passagiere dann verteilen. Sieben Passagiere, okay. So, die verteilen sich jetzt natürlich auch auf die Linien, die wir hier an diesem Busbahnhof halt haben und füllen so halt die Busse ähm, entsprechend auf und werden in der Stadt verteilt. So, das können wir gleich sehen, ob die rauslaufen. Okay, der ist rausgelaufen. Die beiden laufen zu der Linie, die beiden laufen zu der Linie und die beiden, der läuft auch zu der Linie und hierher. Nein, der läuft auch raus, aber ihr habt es gesehen, durch unsere Überlandverbindung nach Insel bedienen wir jetzt auch die Linien innerhalb Rupertting mit Passagieren und auch die werden dann natürlich zu ihren Bestimmungsorten transportiert und das erhöht wiederum jetzt ist Rupertting auf 32% zurückgegangen, ne, ohne Worte. Könnte man noch schnell schauen, ähm, wenn wir jetzt auch hier die Busse wieder erhöhen, wie gesagt, ich probiere ja hier noch aus, es erklärt sich mir jetzt allerdings nicht, worum jetzt die Linienbenutzung innerhalb der Stadt so zurückgegangen ist, weil normalerweise fahren ja die meisten, die nach Insel und von Insel zurückkommen, ja auch mit dieser Linie, mit diesen Linien. Ähm, schauen wir uns doch noch mal ganz kurz an, wir haben ja, die Siem ist die erste Inseler Linie, dann werden wir hier jetzt überall noch mal einen Bus dazu packen und uns dann noch mal anschauen, ob sich das erhöht, ich werde die kleinen MANs nehmen. So, Linie 1. Schön, jetzt bleibt das obere Fenster offen. Wohin war das nicht so, ne? Drei, äh, vier, fünf und sechs folgen noch und dann stellen wir die Zeit noch mal schneller und schauen uns die ganze Sache dann an, wie sich das entwickelt. So, noch mal ganz kurz zur Kontrolle, dass wir auch, dass wir auch überall zwei Busse drin haben. okay, und wie gesagt, sieben ist ja dann in Inseler und da haben wir ja eh überall die zwei Busse. Also, ihr seht natürlich, dass jetzt die Emissionen nehmen jetzt natürlich zu. Ja, wir können uns das natürlich auch noch mal anschauen. Das sind hohe Werte. Ich meine, gut, es ist jetzt noch leicht hellrot, sage ich mal, aber ihr seht halt, wie mit jedem Bus, der fährt, erhöht sich das und nach einer gewissen Zeitdauer reduziert sich das wieder und so kann es natürlich sein, seht ihr das ja sehr schön, jetzt geht es hier wieder zurück. Und jetzt kommt gleich der nächste Bus, das wird sich wieder erhöhen. Ja. Emissionswert unter Mauskursus, sehr schön. Okay, so läuft die ganze Sache. Jetzt schauen wir noch ganz kurz, was der Prozentwert in Rupolding sagt. Na, immerhin, wir haben plus 30, aber wie gesagt, das ist jetzt halt auch die Überlandverbindung mit Insel, ne. Wichtig wäre jetzt halt, okay, Rupolding steigt wieder. Wichtig wäre jetzt halt wirklich noch weitere Städte mit anzubinden, weil auch das wiederum natürlich die Transportbedarfe für alle Städte erhöht und ich denke mal, das werde ich auch zukünftig noch machen und so können wir das hier schön beobachten, wie sich das dann halt hier entwickelt. Ihr seht hier schon zum Beispiel Siegsdorf, Schneidze, Reuzel, jetzt von hier wollen die Leute nach Bad Reichenhall und das ist hier echt weit weg, ne. Na gut, so weit ist nicht weg. Ja, aber Siegsdorf wäre zum Beispiel noch was, das könnte man noch anbinden, würde sich auch anbieten und wie gesagt, so Verkettungen herstellen und das wäre zum Beispiel wieder eine Verkettung, dass auch Leute von Traunstein hier runter transportiert werden, würde also auch in Traunstein und in allen anderen Städten das erhöhen. Man sieht das auch sehr schön, wenn wir jetzt zum Beispiel Bad Reichenhall auswählen. Ja, da haben wir Ziele plus 180 Prozent, das ist natürlich ein super Wert, ne. Klar, Einheit Bad Reichenhalls ist schlecht, ja, aber auch das können wir uns dann natürlich noch anschauen. Aber ihr seht, in den anderen Städten schaut es gut aus und entsprechend haben wir halt auch hier einen sehr, sehr hohen Wert. Okay, dann werde ich die Folge an der Stelle beenden. Es kann sein, dass morgen kein Video kommt. Ich habe ganz blöde Arbeitszeit, sprich deutlich mehr Arbeitszeit als normal. Das habe ich gar nicht so verdient und auch nicht so bestellt. Ist aber so. Also nicht traurig sein, wenn morgen kein Video kommt. Ich bedanke mich für das Zuschauen und wünsche euch einen schönen Abend und ciao, bis zum nächsten Video.